F steht für Freunde, die was unternehmen, U steht für uns, dich und mich. N steht für endlich, Dortmund bald in Liga 2, wir lachen aus tiefster Seele. Hey, das ist kein Spaß, wir haben einfach nur Pech. Dortmund, 5 Punkte aus 3 spielen? Wär ist ja fast Schalke besser. Junge, was zieht ihr uns da jetzt schon wieder mit rein? Mir ist scheißegal, was ihr sagt. Wir haben jetzt Füllkrug und mit dem kommen wir wieder zurück an die Spitze. Nicht wahr, Lucke? Also ich kann den Vertrag theoretisch auflösen und wieder zurückkommen? Füller?